Moment, ist gar nicht... Alter, die Kamera hat auf jeden Fall noch paar 100 Gigabyte. Ja, passt. Was geht eigentlich ab? Wir sind wieder back und wir haben heute eine Mission, denn Ralfi hat gesagt, es gibt kein schlechtes Badge vom Aaron 10 und wehe, er lügt. Jetzt sind wir richtig back. Wir haben hier 20, 23 Abfüllungen, aber es gibt auch noch keinen 20, 24er. Also von dem her gibt es den wahrscheinlich in mehreren Shops immer noch. Apropos Shops, preislich nehmen wir es gleich mal vorne weg. An guten Tagen für knapp über 30, aber maximal 40 Euro. Ja, für 46 Prozent. Aaron 10 Jahre. Wir kennen Aaron, Aaron färbt nicht, Aaron chillfiltert nicht. Man kriegt eine geile Bottle, geiles Flaschendesign, geilen Korken und einen Tube. Ja, krass. Natürlich unpeated, das heißt aus der Lojanza-Destille, die damals noch Aaron hieß. Der Whisky heißt weiterhin Aaron, solange er unpeated ist. Genau, und Kapazität. Letztes Jahr haben sie um die 58.000 Liter Alkohol gebrannt, könnten aber bis zu 1,2 Millionen brennen. Auf jeden Fall echt ein geiler Standort von den Fakten her, schon mal überragend. Ähnliche Eckdaten, auch wie Glen Kadim 10 zum Beispiel. Das ist immer so unsere, wenn es mit viel Bourbon zu tun hat, 10 Jahre, 46 Prozent ist immer so Glen Kadim und so Forza IG Whisky. Der muss immer gegen den battlen, egal was für einer sein. Und das ist nicht ganz klar, ist vielleicht doch mal noch ein Sherry-Fass mit reingeflossen oder ist jetzt 100 Prozent Ex-Bourbon. Aber der Hauptteil wird Bourbon sein, 100 Prozent. Auf jeden Fall wird auch viel Refill dabei sein, also Refill Bourbon. Aber gut, wir können ja gleich mal den Zinken reinhalten, dann werden wir mal rausriechen, in den Whisky-Porn. Nicer Porn natürlich wie immer. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal mit der Nase rein in den Lachserkern. Ja, so direkt schöne Vanille, schöne Zitrusfrische. Du merkst ja auch diese 46% eben den richtigen Körper. Der hat richtige Tiefe schon. Das wollte ich gerade sagen. Der begrüßt dich auch direkt. Also der sagt schon auch Hallo. Bei mir ist Vanille und Honig mehr als Zitrone zum Beispiel. Na, wobei ich schon finde, dass er eine schöne Säuerlichkeit Zitronenfrische hat. Aber auch Zitronenabrieb. Ich habe auf jeden Fall eine deutliche Zitronen drin zur Zitrussäure. Aber ich habe auch so eine leichte Malzigkeit im Untergrund. Ja, schönes Malted Barley einfach. Kein Crane-Schmutz. Aber es riecht auch bislang einfach nur nach Refill und First Street Bourbon Barrels. Und es ist für mich aber auch eher so eine Richtung, also jetzt keine Bourbon-Vanille. Ja, wenn du so backst und wasch, das ist so diese Vanilleschote und machst auf und kurz. Ja, aber nur das Aroma. Ja genau, nur wenn du aufmachst. Nicht wenn du dran hältst. Und Butterscotch des Zorns. Es kommt leicht Gerstenzucker raus. Also für einen 10-Jährigen schon mal echt abrichtig verhandbar jetzt. Eigentlich eine Frechheit. Ja, absolut. Weil ich habe auch nichts in Schärfe. Also so Alkoholschärfe. Überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Die 46% sind wie gesagt gar nicht. Da kommt keine Alkoholschärfe mit, sondern geben dem Whisky eigentlich ein sehr, sehr schönes Volumen. Ja, der Whisky hat Power, aber jetzt keine stechende Alkoholnote. Genau. Manchmal ganz leicht, aber schön alles recht harmonisch noch. Kitzelt ein bisschen. Genau. Eine frische Getreidenote kommt aber schon auch noch ein bisschen mit. Ja, der hat schon auch. Das kriegt schon Anklänge von... Ja, ich sag mal. Eichenote ist schon mal so ein Klassiker. Also jetzt kein junges Holz, kein 25 Jahre altes Holz. Ja, aber Eiche. Aber schon mal Holz. Ja, das sieht man, oder? Das machen wir sehr gern. Ja. Slaunche. Slaunche. Geil. Das war richtig geil. Krass. Oha, der Abgang. Der Abgang. Der Mund schon so lang drin lassen. Typischen Aaron einmal. Aber so die geilen Aaron Beispiele nimmt die wir ja schon haben. Wie so diese Pfirsich 18er oder 22er. Aber im Vergleich Pfirsich habe ich jetzt nicht. Ne, aber ich meine so, da kommt halt immer noch dieser Charakter durch. Und der ist auch jetzt ein Gleichbar. Ja, ich habe auch extrem viel braunen Zucker. Karamell, Vanille. Genau. Das ist eine richtige Explosion, also eine Bourbon-Explosion. Definitiv. Und das alles kombiniert mit so einem leichten Butter-Cakes, finde ich. Ja, aber auch alles ein bisschen geröschtet in der Pfanne. Mit so rot-gelblichen Apfel. Na ja, Alter. Ja, krass dieser Abgang. Der Abgang, Junge, der ist lang. Na ja, übel. Aber ich finde, er hat einmal einen kurzen Teil, wo man denkt, okay, gibt es so arg eine Bitterkeit. Über, aber es macht es nicht. Und ich finde, jede Note, die wir bislang genannt haben, konnte ich sofort unterschreiben. Es ist einfach ein Aaron. Also wenn du den zippst oder vor allem so der Abgang, ist sofort klar. In der Nase hat man ein bisschen mehr von dieser Zitronensäuerlichkeit. Die hast du im Geschmack finde ich gar nicht mehr. Da kommt viel mehr dieses Vanille, Honig, Karamell, Butter-Keks-Note mäßige durch. Aber auch im Switch zum Abgang finde ich diese sanfte Vanillesüße übelgeil mit der Röstigkeit. Und die 46 Prozent. Ja, Mundgefühl war schon überragend. Überragend. Du hast noch so eine leichte Röstigkeit drin, wie so ein ausgebranntes Fassbisschen. Schon komplex, das Scheißteil. Also eigentlich, wenn man jetzt an den Preis denkt, ist es schon eine riesen Frechheit. Was ich auch eine Frechheit finde, wenn man immer wieder hört, es gibt heute nichts Gutes mehr und vor allem nichts Bezahlbares. Da kommen immer wieder so Standardteile. Ich weiß nicht, ob sich die Leute, vielleicht wollen sie die nicht kaufen, weil sie nur 35 Euro kosten oder weil sie nur 10 Jahre alt sind. Aber das ist für mich Whisky. Natürlich ist es kein Talisker 40 oder sowas, aber kostet halt auch nicht 7000 Euro, sondern 35. Ja, und vor allem jeden, der weiß doch, wo ich angefangen habe, habe ich mir noch überlegt, boah, so 50 Euro für ein Whisky, da habe ich schon einen Schaden. Wie rechtfertige ich das noch? Und jetzt kommt noch einer. Jetzt wird es so bei 500 Euro. Ja, und dann gibt es genau sowas, wo du nachher im Sale vielleicht mal für 30 Euro mitmischst und der ist der Granatiker. Aber selbst außerhalb vom Sale ist der geil, weil du es vorhin angesprochen hast, der Vergleich zum Glencat M10, bei dem man ja immer so ein bisschen, ich finde es sind auch zwei komplett unterschiedliche Whiskys. Also auch da nicht mal die Argumentation, wenn du einen hast, brauchst du den anderen nicht, überhaupt nicht. Das sind zwei komplett unterschiedliche Whiskys, die beide für sich Paradebeispiele sind für günstigen, geilen Bourbon-Whisky. Genau. Wenn du einen anderen 10-jährigen probierst und du merkst, okay, da geht noch mehr in die Zitronensaftige Richtung, dann kannst du ihn mit dem Glencat M10 vergleichen. Wenn du merkst, da geht mehr in diese getreide, geröstete, dann kannst du ihn mit dem vergleichen. Süße, süße. Super. Und man muss auch sagen, natürlich, Ralphie, Glück gehabt. Ja, hat er recht. Zumindest das Badge hier überzeugt, überragend. Die Nase jetzt auch. Das ist echt krass. Aber ich finde den Abgang am überraschendsten, dass du für den 10-jährigen so einen langen, wirklich süßen, leicht bitteren Apfelschalen Abgang hast, der ist geil. Jetzt mal kurz die wichtigste Frage. Ihr habt 130 Euro. Ja. Und der Aaron C kostet jetzt 130 Euro. Aber der Aaron 21 kostet auch 130 Euro. Ciao. Welchen nehmen wir? Also vom Kopf her und allem würde ich natürlich sofort immer auf den 21er gehen. Ja, vom Geschmack. Aber wenn ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, der Aaron 21, der hat dann wirklich nicht überzeugt. Und da nehme ich lieber das Teil. Klar. Preis spielt jetzt auch in unseren Köpfen wahrscheinlich eine Rolle. Das müssen wir in Ruhe nochmal vergleichen. Aber den Aaron 21 hatte ich nochmal in Ruhe. Und der war dann auch einfach wieder so, was soll das? Das Teil ist mehr Aaron als bei der 21er. Ja, genau. Beim 21er hat alles ein bisschen, hat es ein bisschen gefehlt. Der war nicht rund. Das war, wie du sagst, es war kein richtiger Aaron. Das, was ein Whisky ausmacht, da fehlt mir beim Aaron 21 mehr, als mir der 10er liefern kann. Ich bin ehrlich, bei 130 Euro würde ich beide nicht nehmen. Wenn wir das Spiel umdrehen und dann halt 35 Euro für beide. Aber du glaubst... Aber du glaubst... Den flippen und dreimal den ersten. Das ist ja gar nicht. Ich glaube, das Fazit, das man daraus ziehen kann, ist, dass man den Aaron 10 ohne Bedenken für auch nicht im Sale entspannt kaufen kann und einen geilen Whisky hat, den man regelmäßig trinken kann. Also das ist jetzt auch Dax an der Bottle, aber ich werde mir den auf jeden Fall noch zulegen. Den sperrt er auch. Den brauch ich, weil den kannst du jederzeit einfach sippen. Vor allem, es tut nicht weh, wenn die Flasche leer ist. Den holst du einfach wieder für den Preis. Und 30 Euro, wenn er im Regal steht, oder ob du 30 Euro im Gateboil hast, hast du auch drauf geschissen. Boah, das ist eine so arrogante Auszeit. Ey, wenn jetzt Krieg ausbricht, Alter, kannst du wenigstens den gegen ein Brötchen tauschen. Ja, richtig. Oh, du hübschen auf Ex hast auch keine Probleme. So, aber jetzt bitte mal eure Bewertung, wo der Preis natürlich auch keine Rolle spielt, sondern einfach nur der Geschmack. Boah. Also man muss ja sagen, wir vergleichen den wieder mit anderen 10-Jährigen aus der Kategorie. Da muss der sich jetzt irgendwie zurechtfinden. Genau. Und bei mir reiht er sich auch hinter dem... Ja, es bringt den 10 halt ein. Also das ist für mich so immer das Topmodell. Aber ist nicht weit weg von dem. Ne, das stört mich an dem. Eigentlich gar nichts. Deswegen logge ich jetzt mal die 87 ein. Zippen werde ich den eh noch öfters. Ich gehe straight sogar schon direkt auf die 88. Ich finde ihn unglaublich. Gut, der Preis spielt jetzt bei der Bewertung keine Rolle, wie gesagt. Aber für den Preis, der Geschmack. Zehn Jahre, der Abgang. Diese Poffi-Bombe gerade auch. Diese komischen... Fatsch-Zeug. Ja, genau. Genau sowas. Fatsch trifft Sponpoint. So, Almond Sunday, Alter. Ne, also... Ja, ich gehe auf 88. Und ich muss auch sagen, dass ich glaube, so den 10er, der für mich über allem steht, ist wahrscheinlich mit einer der Springbank 10. Kleinen Kettem 10 ist auch ganz, ganz weit oben. Und der reiht sich mit dem Kleinen Kettem 10 eigentlich so auf eine Ebene. Aber ich gehe auch 87. Spiel mit den 88. Aber ich glaube, ich gehe mit den 87. Absolut runder Whisky. Gibt es fast nichts daran auszusetzen. Diese Aromatik jetzt auch in der Nase immer noch. Und auch gleich der Geschmack. Das ist schon eine Frechheit. Also ich habe gar nichts auszusetzen. Und ich bin übelst hyped auf die Bottle, Alter. Also das ist... Ich habe wieder Bock, den zu trinken daheim. Und das ist einfach ein 10-Jähriger. Ja, richtig. Genau. Wenn du überlegst, was im Schrank steht, dann krassch auf den auch trotzdem Bock. Genau. Und das bietet mir bis jetzt nur der Kleinen Kettem und der Springbank. Ja. Ich gehe doch noch auf die 88. Weil ich weiß nicht, ich finde den Abgang unfassbar geil. Eigentlich kann schon fast nichts daran aussetzen. Überragend. Blutgeiles Teil für 35 Euro. Ja, Spaß. Auf jeden Fall, Alter. Oder schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch einen anderen 10-Jährigen von denen, die wir jetzt genannt haben, sind die genannt. Ja, das ist eine rauchige Richtung. Genau. Ja, jetzt hauen wir ab. Sehr gerne. Sehr gerne ein Mitzmann. Musik